So, hallo Leute, ich bin Cleo von Weit'n Blue 1,20, äh, ja, das Geräusch, was ihr da hört, und das Komooterplanet, ja, ich weiß, ich hab ein Haareschnitten, ich weiß, die sehen so ein bisschen okay aus. Ähm, ähm, ja, was sagen wollte, ich war halt im Schwimmbad, mit Zenio und zwei anderen. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Bitte schreibt mir irgendwas in die Kommentare, ihr liked nur immer fast alle Sachen, und das ist immer so dumm. Und, ja, was soll ich sagen? Ähm, äh, äh, wir machen noch mehr Videos, ich hoffe, es gefällt euch alles, und, ja, bye, bye.